Die vier von der Tanke melden sich zurück mit der nächsten Folge von Dungeons & Dragons Dark Alliance. Wir haben jetzt die Verbeek-Sause vor uns und wir nehmen das Ganze diesmal im Special auf. Das heißt, wir nehmen alle drei Missionen gleichzeitig, also nacheinander auf, in einer Folge. Das packen wir uns einfach zusammen, damit wir wieder auf dem Stand der Dinge sind, wo wir vorher waren. Und machen das natürlich auf der letzten Stufe. Let's go! Okay, jetzt. Go, go, go. Okay, okay, chill. Hetz mich nicht. Ui, 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 okay, let's go. Ich komme ja schon. Ui, ui. Ui, 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 ui. Das ist ein Dwarf, ich habe. Ui, 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 u Ich hab mal was gefunden! Ich auch! Haru Ken! Wooh! Geil! Geil! Ich hab nur Gold. Hm. Hört sich gar nicht so geil an. Hm. Hm. Oh. Hopp. Dann lass mal jetzt wirklich versuchen auf die Nebenmissionen zu achten. Ich meine wir wissen jetzt glaube ich auch halbwegs wo der Bosskampf schon anfängt. Du leid ich hab alles vergessen. Hm. Das ist so trocken. Ja man. Ja man. Das mal hat er gesessen. Don. Hm. Bei mir nicht. Du brauchst mich anzugreifen. Ach Leute das wirst du halt. Warum bist du so komisch? Du siehst aus wie ein Grobbeln. Ja ich hab so ne Säure. Komm schon. Schlag hin. Boah das ist unsiegbar. Boah das geht denn jetzt? Das ist gerade halt Zwerg. Hallo. Der ist ultra hart. Ich bin halt Skoplin getarnt. Hinten ist noch irgendwas. Hinten ist noch irgendwas. Alter verwirrt. War das schon einer? Ne was? Wo denn? Ah hier sind noch mal Gegner auf jeden Fall glaube ich gleich. Was denn? Ja hier sind noch mal Gegner und nicht du also hinter euch. Wo ich bin. Auch jetzt. Ich bin halt gespringen weil irgendwas von euch beiden hinter mir so umgegeiert hat. Äh was hast du umgegeiert? Das sehe ich schon nicht schnell wieder. Das ist einfach nur kraft. Komplett unschönig. Hier finde ich. Nein. Oh ein Item. Komplett. Komplett. Ganz toll. Oh alter. Natürlich. War die hier oben schon? Ja. Nein. Hier oben ist noch ne Tasche. Ich pack's dich mehr alter. Ich hasse dich. Hehehe. Hehehe. Ein so ne Pflanze. So drei Leute so. Pfff. Völlig klar. Nein deswegen weil sie nicht auf dem zweite ist. Die war drei Meter hinter mir. Nein. Nein. Ich war drei Meter hinter mir. Hehehe. 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 Das macht man einmal so'n Scherz. Weißt du. Wie viel rote Fässer ich schon abbekommen hab wegen euch ne. Hehehe. Hehehe. Vor allem wo ich bunk jetzt aber. Hehehe. 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 Zeit sparen weißt du, wenn wir nochmal alles looten und du sowieso alles lootest, dann hätten wir Zeit verschwendet, weißt du was ich meine? Das macht alles gar keinen Sinn, wir sind nur höflich, wir sind nur höflich. Kommst du mir jetzt mit Quantenmechanik oder was? Nicht auf jeden. Das macht alles gar keinen Sinn. 0 und 1 und das kann auch alles gleichzeitig sein oder nur einfach? Aua. Oh, Aua. Komm schon ne Minigoblin, ich komm nicht weg, ihr blockt mich, Alter. Was ist denn? Aua. Ey, ich war zwischen euch eingeklemmt, Alter. Ich schwörde, wir sind so groß, dass wir über uns rübersteigen müssen, Alter. Alter, ich wollte rückwärts rollen und ich kam nicht vom Fleck. Basti, dann mach mal. Oh, cool. Und tschüss. Nice Stein. Hat mich schon wieder. Und mich auch. Upsi. Aber von wo, Alter? Der dreht sich um und gibt dir Instant eine. So. Na, bei mir hat er sich nicht mal umgedreht. Er hat mit euch gekämpft und ich bin auf einmal nur umgefallen. Das ist eine Animation. Voll schreck, Alter. Ja, ne, du kannst auch nicht... Ist jetzt tief erschrocken? Du kannst halt nicht richtig... Das ist halt nicht richtig... Naja, vor allem, weißt du, mit diesen Rollen und Blocken und so, das kannst du gar nicht machen. Weil die Animation überhaupt nicht zu dem passt, wann du das machen. Ja, also. Äh, also ich hab jetzt rausgefunden, du musst einfach c-spammen und äh, selbst wenn er nicht dann zurückstellt, kriegst du keinen Schaden. Ja, aber c-spammen ist halt auch immer Ausdauer, ne? Mhm. Okay, das ist halt das, das geile an meinem Char, weil ich kann halt darauf äh... Kannst dir was auch besacken, weil du nicht da bist. Nee, ich kann einfach Ausdauer, äh, Verbrauch, Bedingungen skillen. Kann auch ein paar aus von euch wiederzuleben und erstmal alles töten. Ja, oder so? Hä? Ich denke dir an dieses Teleport-Zeug haben sie gefickt im letzten Patch im G3. Nur weiß ich's sagen, jetzt ist nicht das so. Na, das muss doch nicht sein. Das ist doch mal ein Patch und dann ein Patch noch stimmt schon. Alter, wir sind da gerade verbrannt. Da ist ein Item. Äh, unten lang. Hier unten ist noch ein Item. Da ist die Kiste. Das bringt was haben wir jetzt, ne? Oh, fuck. Wie hat ihr schon wieder die Truhe aufgemacht, Alter? Vorhin schon. Die sind ja erst gesporten nachdem wir die aufgemacht haben. Ach so. Der Loot-Drang ist real, Alter. Hier drückt der A. Ein Item. So, rechts lang, wa? Mhm. Nee, wir können auch jetzt hier das Fass sprengen. Hier ist noch ein Item. Ja, ja. Hast du noch das Fass? Der wird das Fass eingesammelt. Da stand doch, hier fehlt was. Können wir aber auch einen Rückweg machen. Nee, keine Rückweg, oder? Nee, keine Rückweg, oder? Ihr nicht, nee. Ich hab vergessen, Gold zu luchen. Guckuck, guckuck. Ja? Ja, das hätte ich nicht. Gold ist noch. Gold ist sogar noch wichtiger, wenn du mal guckst, was die abgekosten für so ein Ding. Äh, für die zwei Dinger hier, 30.000, 40.000, dann bist du da. Ja, da war ich noch gar nicht. Mhm. Doch. Nein. Doch. Ich war hier vorne. Wir waren hier vorne. Ich bin direkt zurückgelaufen. Ich bin direkt zurück. Ich bin direkt zurück. Was für die drei Dinger der Benmee verklingt, was für die drei Dinger zu sehen? Das ist noch nicht einfach ein Detail? Ich bin direkt weg. Und wir werden hier zum Eingetern. Ich bin direkt zurück nach Berlin, die in der Abwanderungskirche. das sind hier hat er geht um oben rum ist noch behalten versicht darum komplett so aus bei mir okay dann kommt man zu mir hier geht es noch weiter hoch wie geht es noch hier ja hier war aber das kenne ich noch naja das ist der weg wie es dann weiter geht jetzt läuft der war seitlich vorbei warum läuft eigentlich einer immer in der mitte an dieser mittelfranze vorbei wenn wir einfach seitlich vorbeilaufen dann kommt das gibt nicht mehr ja ich habe keine lust runter zu gehen und ich weiß nicht wie weiter hier reicht wir haben das doch eben so gesprochen jetzt ist auch wieder über bester spieler guter idee guter idee guter idee guter idee er ist guter idee ja hör doch nicht auf mich was stand da letztens bei diesen rap dingern da die schlechtesten dinger die wir geguckt haben was stand da wenn hier wenn wenn buchido hier er berlin er berlin gekauft hat hätte das unbenannt in nr ist er ist guter junge gesellschaft gesichert und mann wir werden ja und richtig was ja du musst nur drüber springen und mann wir ja fertig auch nicht ausgelöst und ich ausgelöst also weil was du mir jetzt habe ich glaube blut nichts gewähr ich bin direkt daran dass er schon ausgelöst war hier hinten machen wir fertig ja dann ja wieder nach oben ja da wo wir haben bloß noch weiter und dann links runter ich wollte nur mal was auf der linken seite war oder 60 viel was ich habe noch schnall ist da hinten in der ecke habe ich ihn geschossen es sind eigentlich geportet und schlägt mich alter die steht halt genau auf dir drauf Was ist Steven da hinten eigentlich Steven? Der andere Ork ist tot? Den hab ich ja alleine geplättet hier Ja, ist doch nicht Sinn der Sache, wir gehen alle auf einen Achso, ist doch effizienter Wir brauchen einen mehr, damit wir ihn töten können Nein, aber ist doch effizienter Aber guck mal, bin ich wieder da unten Ist ja gut Steven jetzt halt Ist ja gut alle Kann ich auch nicht Bis zum Ende Und dieses Geräusch immer Mama Madu Madu Ja, was hat ihr? Gold, gold, gold Guck mal, guck mal, die Orks haben glaube ich Auch was fallen lassen, ab und zu mal verlassen die auch Items Fallen Was denn da drüben? Da geht's nicht rüber, oder? Bitte eine andere Rüstung an und machen einen anderen Skin drauf Nein, da wollte ich ja, aber das geht nicht Also Lässt sich nicht verändern Lässt sich nicht verändern Völlig irritierend, wenn da so'n Kleinere Gombeln ankommen Manche Sachen haben leider keinen ähm Skin Damu 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 Ja Guck mal Guck mal Guck mal Bei der Macht von Greysky Scheiß Arschfresse Ey, da war noch Loot Warum sind wir gebraucht? Da war noch ein ganzer Attributpunkt Alter, das ist der Boss hier ne? Da war noch ein Attributpunkt, der war aber so umschlossen von Verfluchten irgendwas Das ist der Boss Der Attributspunkt ist hinter uns, ne? Na ok, kommen wir noch an, ne? Ja, aber der ist nicht offen Ja, den hätte er erst öffnen müssen Genau Und wir haben noch nicht die Waffengestelle Das ist der End Boss hier ist dann das Blut? Ja, ja Nein, wir haben noch die Waffengestelle noch nicht alles vernichtet Scheiße Aber kriegen wir das jetzt noch hin? Die haben eh irgendwelche vergessen, ne? Ja, aber man kann hier jetzt nicht raus In einer kleinen Abwägung, da sind bestimmt nicht mehr drin So finden wir hier noch vier Waffengestelle, ne? Schlecher Schlecher Such noch mal vier Stück Ja, ne? Schlecht Nee, scheiße Nein Ich glaub nicht, dass es nach dem Schluss ist, oder? Ja, vielleicht ein Schlaggen Da los Alter Ich hab nur irgendeinen Blitz in meinen Oh Mist ey, wie hätten wir echt drauf wachten? Voll auseinander genommen Haben wir nun davon Wir haben noch vier Gestelle gebraucht, ey Für ein Legendary Ding Ja, aber haben wir ihn übersehen Ja Irgendwo Und der Attributpunkt war auch noch nicht frei Man konnte ja auch Man hätte ja nicht rechts müssen Man konnte auch geradeaus Da war ich halt eben und wurde weggeportet Genau Ja, ich hab halt recht die Treppe hochgeguckt Ob da noch irgendwie Gold ist, oder so Ich dachte, es geht jetzt weiter Abfangen wir mal in Zukunft drauf Wie gesagt, dann in Zukunft nicht zu dem End Boss rennen einfach Ja, ich wusste halt nicht, dass er da ist Ja Ja Passiert Ich hab voll aus Mono gekuckt Wir müssen mehr auf ihm Wir müssen mehr auf ihm Ich hab dich verdrängt Loll 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 Ja, bestimmt ist er der Biss Alter Unglaublich Bestimmt Junge Alter Alter Loll Glaubst du, du kriegst wieder legendäre Dinger? Immer Jede Runde Mindestens Ist das, weil ich die Dinger kaputt mache? Ne Doch Doch Ich hab, wenn ich die kaputt mache, hab ich öfters mal legendäre Die kriegen die Das ist halt Das ist halt auch so ein Ding Dieses Noch vorne rennen Einfach irgendwo rennen Ja, was heißt noch vorne rennen? Das sind die Dinger, die ich hinter euch gemacht habe Warte doch mal Ich bin doch noch gar nicht Ja, warte, ich wollte noch gar nicht fertig Aber vielleicht, wenn das wirklich Ich meine, wir wissen es ja nicht genau Ist ja nur ne Ist ja nur ne Aber vielleicht sollten wir dann auch mal denjenigen, der wirklich dann mal Ähm Einfach um das zu gucken Und der dann am wenigsten hat von Items oder so Den auch mal die Dinger aufmachen Das haben wir ja schon mal getestet Du wurdest da nicht gebracht Äh, ich weiß das war einfach Ich glaube einfach Ich krieg legendäre Weil ich fast nur legendäre Sachen hab Kann sein, dass deine Stufe ähm Ja oder meine Items halt Weil was anderes Wenn ich andere Items hab Dann bräuch ich keine anderen Kristalle mehr Mhm Ja, weil was anderes würde die auch nicht mehr so viel bringen, ne? Abgehoben Ja Ich nimm das Neid Nee, nee, nee Richtig abgehoben Also ich mach jetzt nur noch international, alter Ah, die Runde? Ich hab jetzt nichts, womit ich mich verbessert hätte Nö 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 Ich auch nicht Nicht wirklich Außer dass, außer dass ich immer ständig irgendwelche epischen legendären Sachen habe, die voll upgrade und dann nächste Runde irgendwas blaues kriege, was stärker ist als das da Ja, genau Ja, genau Genau Naja, soweit ich das jetzt, äh, gesehen habe, äh, ist halt der Unterschied zwischen legendär und episch zum Beispiel gar nicht so groß Ähm, es ist glaube ich ein, ein Rüstung, also ein Punkt in Rüstung und ansonsten sind es nur die, äh, Buffs, die die Sachen geben Und von Stufe zu Stufe ist es halt auch ein Punkt in Rüstung Mhm Obwohl, wenn du die auf Stufe 3 upgrade ist, kriegst du pro upgrade auch mehr, ne? Also, von dem plus, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, Stufe 3 auf ein, auf ein episches habe, habe ich immer noch 2% weniger auf kritischen Schaden, wenn ich Stufe 3 auf legendär haben Also das Endresultat, wenn du auf Stufe 3 hast, ist halt, dass du pro Stufe, die du hoch upgrade ist, auch mehr Prozent kriegst Ja, aber, was ich, äh, was jetzt auch so das Ding ist bei Rade, gerade, äh, weil wir jetzt das erste Mal auf, äh, Stufe 6 spielen, dass wir halt jetzt die ganzen Items immer mindestens auf 4 kriegen und, äh, ansonsten auf 5 Und dadurch ist es besser als alles, was du bis jetzt hattest Genau Ja, 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 stimmt Mehr mache ich momentan auch nicht, also ich versuche das jetzt nur peu a peu auf den nächsten Rang zu ziehen Die Edelsteine schon mal abzugraden, dass man mehr von den anderen hat Also ich warte bei mir jetzt noch ein bisschen von dem Zeug, was ich jetzt eh gerade habe, lohnt sich das irgendwie gar nicht mehr Ich müsste jetzt halt nur noch warten, dass die Attribute irgendwie besser werden, weil so was wie 67% Bonus auf maximale Trefferpunkte will ich halt auch einfach nicht tauschen Naja Das ist schon richtig, ja Aber, ey, guck mal, für den Kopf Rang 5, ne Und Stufe 1 auf Stufe 2 zum Upgraden, 17.000 Gold Hammer Gut, aber wir haben ja gesagt, dass wir jetzt quasi alle drei Missionen in einer Folge machen, das heißt Dann starte ich schon mal die nächste, die Pläne der Duorgars ist das nächste So, Alter geh mal weg, geh mal weg Basti Den willst du geschlagen Bilbo Beutlin braucht wieder ewig? Ja, 1 Sekunde, ich muss noch was verbessern Ok, komm Gut, dass er sich angesprochen fühlt Guck mal, ich kann nicht durch das durch Das ist die magische auch Ja, du bist ja nur eine unsichtbare, aber nicht immaterial, Alter Vor allem so voll das epische hier, Minen hier, Palast hier im Berg gehauen und dann heißt das die Sause Voll die Sause hier, weißt du Vor Jahrhunderte aufgebaute epische Minen, so ja, voll die Sause, diga Krass Krass So hey Das Ding fliegt eh 50 Meter, aber 3 Meter weniger ist halt 3 Meter weniger Bad Alter Krass Robben B2M B2M Ja Gar Man sieht da einfach gar nicht von dieserethern 사람�icht Test Also Night 这些人 Lichtgestellt, Alter Bonjour und Tschüss. Der geht mal weg, der ist schon gelootet. Ihr gierigen Kleinen. Kann man hier runter? Nein? Ja. Gierigen Kleinen und springt da runter in der Gier, dass da was ist, Leute. Ja, man muss ja mal gucken. Sonst übersehen wir wieder irgendwelche Sachen. Ein kleiner Gieriger, aber sehr krass. Oh, ich bin down. Der Blaue hat mich erwischt. Dass du down bist, wirst du mal schocken. Er wurde von Schlümpfen angegriffen. Nein, ich bin nicht wieder. Nein, ich bin nicht wieder. Weggerockt. So, kann man da was looten? Da hinten kann man da was looten. Platz da, ich komme. Ich bin der Landfurt. Ich bin der Landfurt. Ich bin der Landfurt. Hier hinten ist noch ein Item, wo ich gerade komme. Ihr habt die Gold vergessen. Nein, ich war noch gar nicht fertig. Ich bin nur zu einem Item gewesen. Hier um die Ecke. Hier rechts um die Ecke. Ja, und Gold hat er da auch vergessen. Ja. Aber weil er gerusht ist, zum Heiter. War schon beabsichtigt so. Ach, an der Stelle sind wir hier. Ah, hier oben wird es nämlich voll anstrengend. Nein, ich glaube das ging. Wir mussten jetzt nur durchlaufen und das fass wollen oder so. Das bin ich. Oh fuck, ich bin auf der Säure. Ja. Hat das bis... Alter, direkt aus dem Flug, oben direkt. Du bist kein Goblin. Du musst uns nicht angreifen. Voll die Identitätskrise. Aber bist du wieder durch? Ja, man. Komboangriff. Wie die Nähe. Oh. Ich bin tot. Boah. Da ist mal getroffen. Alle drei. Bam, 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 bam. Hm. Komboangriff. Ja, ha, 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 ha. Was macht ihr für meine denn? Hm. Das ist einfach nur so ein Posenangriff, glaube ich. Wenn so vier Leute zum Abschluss irgendwas episches machen. So, ja, wir haben alle besiegt. Und jetzt machen wir einen coolen Angriff. Ja. Aber ich hab getroffen. War hier drinnen noch irgendwas? Hm. Oh Gott, das war das. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, das war das. Oh Gott, das war das. Oh nein. Oh Gott, das war das. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nice. Niceen Starr. Da lag ein bisschen was Roman Gold. Guck mal hier rechts auch noch oder? Was ist das hier? Oh nein. Und Edelsteine, ne? Oh ja, hier geht. do you think that mr bond ja i will slit your throat i will slit your throat a thousand times mr bond ja deutsche bösewicht der deutsche bösewicht in dem spot ich kann nämlich denn da noch erwischen schaffe 15.000 alt ins Gesicht das letzte mal hatten wir eindeutig mehr Probleme ich habe schon angeklickt das wird ein paar sekunden nachkommen guck mal da oben in die Kiste hey hier Basti komm mal her mach mal deinen Job Bogenschütze Bogenschütze oh das hat einen Hebel gefunden ja hier need some bow bro sag mir gleich nochmal hier oben gehts noch weiter hier ist irgendein Item hier unten ist noch auch ein Item noch auch hier ist ein Hebel was ist das eigentlich hier der hier rum komm mal hey ich nehme mal aus dem Weg bitte bei mir steht hier unten noch ins Werk rum ja jetzt jetzt habe ich das schon gemacht da war ganz hinten irgendwo in die Falte war so ein Kristallnuch das ist eigentlich für den Bogenschützen was gewesen ach was bist du gerade ach du alter ich schau die ganze Zeit auf dich ein Was ist denn los? ich hab gedacht es regne und ich versuch die ganze Zeit mit dem mit dem Distanz-Axtangriff das Ding in der Spalte zu kriegen und schießt ständig gegen ihn und sag dir mal was im Weg bitte und er macht mal weiter das ist mir halt auch original passiert weil ich einfach so dachte so alter der ist voll das fucky warte 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 kurz habt ihr das Item geholt? ich hab ein Hebel auf jeden Fall ja ich weiß gar nichts wo hier irgendwas ist Leute ich mach da runter hier wo ich hinschieße ah hier weil du jetzt weil du jetzt Item äh vorher warte vorher Flamme ruhig Flamme ruhig weil alle Warte du nimmst das Item nicht Mensch ja wo denn hol dir die Wärme und dann läuft er runter das war mal ganz wilde Geschichte hier Leute ganz wilde Geschichte ich bin halt nein ich bin halt alter er ist ja jetzt alt ne er ist jetzt alt ne da muss man halt auch mal ein bisschen an die älteren denken hier ne hier dürfen wir jetzt nicht nach ganz oben ne rechts und links müssen wir erst machen ich müssen mal rechts und dann kommen wir zu diesem main fight ja und links kommt ne 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 links ist auch noch was dann da müssen wir aber später hin wenn wir diesen dritten holen ne ja ich will jetzt mal kurz was gucken was wir das letzte mal nie geguckt haben wir sind nie hier runter gegangen und das hat mich so aus dem Leben getriggert doch sind wir doch sind wir du nun haben ja das habe ich direkt gelootet gehabt als ich das gesehen habe aber das habe ich nicht erwähnt weil es halt nur gold war ja okay das ich wollte es aber es war genug das letzte mal okay gut dann so der fight war das mh 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 ging es irgendwie weiter na ja genau ich vertraue ich hier nicht erwartet mal genau zu team da hinten ist noch eins ja auch ich sage sogar dass ich ja weil noch ein star ist und war mein mann zu stellen an das dann kannst du die säure kaputt machen hier müssen wir auf all diese druckfelder aufgehen da hinten rechts in der ecke wo gerade hin ist oder auch immer da ist noch ein krug gewesen wer wer läuft denn dahin kann dann nur der stehe wo sein ja ich habe das feld aktiviert aber ist kein krug die liegen manchmal auch in diesen komischen schwarzen bergen an diesen komischen barren auto ist warum das hier ist auch mal jetzt ja auch hier ist noch ein krug habt ihr den scheiß hängen und die fähigkeitspunkte kann man nicht noch mal kriegen 64 stück fehlen uns noch na gut wir müssen noch einmal kommen ja hier oben rechts das hat auch keiner gesehen kristall hier oben zuck dann 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 oh legendär brust ja doch gelb warum hier oben kommen wir auch schnell 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 geht hat man glaube ich ist doch nicht wenn du die dinger rein machst vielleicht kommt hier rein was das heißt gerade so ich mach mal ein ding rein ich habe eins aus versehen hier den einen hier links habt ihr nicht was ist geschehen oh mein gott ich versuche es ja der hat mich ich bin ich hab nicht mal ein hp hier super special ins nix doch der körper von dem sie jetzt nicht verbraucht noch weil ich mache dann warte ich mag gleich nein brauchst du nicht ich habe schon heilung brauner zwei krüge leute ja wir müssen noch viel weiter es gab doch noch diesen anderen ganzen part wo wir das sind die unter haben so was nicht da unten kommen wir jetzt noch lang und dann kann es mich mal rätselige geld 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 kommen die finde ich auch gegner gefunden so jungen war auch noch ja ich habe mir solche noch beim krüge so wir haben doch noch die hälfte die sind ja im zweiten alles invertiert gott alter wie lauf ich weil das alles falsch rum ist echt so schlimm das war eine bombe bloß oh ja hier bei uns ist ein boss oder sowas ich habe das item geholt wo kommt der denn sagen oh naja das ist ein beiner ne der hat was bleibt zu machen aber der hat ja nicht so viel drauf langsam anruftgeschwindigkeit ich habe den basti gemacht nein ich glaube ich habe sogar den kill geholt was ich bitte nicht mehr mit dessen dieb ich weiß nicht hier auf zwölf und seine freunde ja aber irgendwas habe ich gerade bei dem gemacht was ich mir aber noch nicht erklären kann welche das ist und zwar schon nach sich über 7000 schaden gemacht bei dem aber keine ahnung mit was das ist gewesen ist man versteht uns noch ein krug das kann ja sein dass wir irgendwo beim emma sie ist so wie der typ was sie ist so wie der typ von groß wie dem die fandfleisch geklautert was ist denn da noch leite ja genau das so ein item und jetzt können wir in die mitte zurück aber ein krug muss noch da sein irgendwo und ich gehe davon aus dass er beim bus liegen könnte oder so oder auf dem weg das ist ja noch nicht mal der boss wir müssen jetzt gegen die feiten glaube ich und danach diese würfel noch da reinlegen oder genau wir müssen jetzt erst mal rechts hoch wo wir von zurückgekommen sind da ging es ja da war noch mal was da waren doch noch gegner oder müssen wir erst die würfel reinlegen ich weiß es nicht hier ist auch kein krug nee dann lass mal erst da oben wieder hin ja wir sind noch hier das sind ja ich meine da oben wo wir eben hochgegangen sind von der anderen so als wir von der anderen seite gekommen sind da muss weil wir da noch die würfel reinlegen können hier darf ich jetzt hin mit dahinten ja stimmt guck mal hier warte hier unten schon warte mal hier liegt doch noch nee das ist eine goldtasche ich würde irgendwo vermuten vor dieser brücke würde ich sagen vielleicht jetzt wurde ich geteelportet ich bin anscheinend noch genug nah dran anscheinend und tschüss danke basti was kann ich denn dafür kann ich nicht so rüber nein da unten komme ich nicht hin sorry kommt keiner hin ihr werdet gleich alle geportet also beeilt euch vier sekunden nix mit beeilen ich den letzten würfel einfügen nein nein er ist tot und beide tun wir hier zu uns ja jetzt wurde ich hier unten in die säure geportet ja hat er doch gerade gesagt davor ach so okay dass ich ich bin jetzt wieder am anfang so ich auch egal allerdings ist jetzt jetzt haben wir durch jeder geht eine richtung und dann finden wir den krug ich finde der steht der kommt danach irgendwo hundertprozentig ja oben konntest du noch den einen würfel reinhauen sicher dass er das nicht ist weil der hat irgendwie so einen anführernamen gehabt ja oben bei hauptziel steht es doch wie er heißt wo denn also wie er heißen muss wenn es der drücken mal gucken ob es der ist kann gut möglich sein aber andererseits habe ich auch noch ein bisschen gold gefunden und die säure gelaufen ja auf der suche nach den krug nach dem goldenen ich 20 schlug guck mal hier oben hast du es gesehen dass ich gerade gesprungen bin da oben ist noch was hier wie kommt man hier rauf auf der brücke hier oben ja hier rechts ich hab's ja genau da habe ich noch ein bisschen geld oder so war das ja das ist doch egal ist gold die kiste ist schon gut guck mal hier fette gold tasche 500 gold waren die oben noch mal 700 800 gold das ding hier ist auf jeden fall durchgelootet das weiß ich was da oben mit der kiste waren wir da schon ja die ist offen ja das ist da wo das letztendlich jetzt kommen wir wieder genau jetzt sind wir wieder gleich bei dem naja dann muss ja eigentlich ja es ist dort hinten irgendwo da war noch was genau in diesen haufen muss man immer gucken unser nächstes ja dann muss der mond sein also kommen da liegt noch was oder ja dann müssen wir bleiben bleibt er nicht mehr können halt immer noch diesen einen würfel reinhauen ja machen wir gleich wenn steven war da will ja nicht hätte gut dann auch mal den wussten der würfel ja um wenn jeder aber hatte mal vielleicht ist das dann der anführer wenn du den würfel rein haust und wer ist das hier wir haben doch hier ist es der das ist der wir haben das nächste questing sein an mich halten nicht fallen kommt her hallo wir haben doch ein zwerg gekillt der viel schwächer war wie der da und wir dann hinterher sogar noch gesagt haben wenn man das war jetzt der endbus aber moment da oben rechtlich doch haupt ziel 33 und das ist der der drei kinder drüben worden der heißt so ich bin nicht den wohnen stein natürlich nicht ich mache wir sind eh den stein von ihm holen danach geht es noch weiter hast du jetzt das ding reingemacht die mission war doch ein bisschen größer als man da oben kommen doch noch diese wolf viecher ne ja jetzt wo du sagst wie kommen die aus hin zur kanalisation blitze auf meinen bildschirm ich sehe auch einfach nichts mehr das ist doch der item fallen lassen da passiert jetzt passiert jetzt auch zum säurebogen ist natürlich im ganze angreifen weil er ein grünes zeug aus dem rauskommt und war alles eingesammelt das ist hier oben rein das sonnen angeguckt wegen dem angeboren wir rechts wenn denn die rechts rum noch mal die treppe runter geht das noch mal eine truhe goldruhe genau darüber war sie ist noch mal rechts von dir glaube ich habe ich noch was hier wir brauchen immer noch diesen blöden krug macht mal ja mach mal rein das teil bis halt jetzt so meine güte wo soll man den jetzt finden ja dann kommen wir eh nur in die schmiede rein das ist also darum da wird der krug unterliegen ne hier kommt der boss da ist dann haben wir den um am anfang vergessen die option ist immer gemacht und den letzten zwei oder drei mal da bin ich hier ich muss sterben zuerst geht das tut neu dann wird er wieder am leben der letzte krug alter auf mein gott das kann auch sein dass die auf dem auf dem schwierigkeitsgrad die besser versteckt haben die sind glaube ich schon an derselben stelle hatte alle keys geliecht nur der type alter trotzdem der schaden gemacht dazu erstes mal und in den zwei runden du machst auch schaden und und in den letzten zwei runden davor hatte ich mehr schaden als ich meine ich gehe doch nicht auf kill doch durch die star und dann wartet es gleich ist kommt mit zum aufgeladenen schuss weise seien ja ja war items technisch war das gewöhnliche seite meiner das ist in den bereichen selten was legen und gewöhnlich ist es hat keiner von verkauft seite na ja genau wir hatten jetzt viele edelsteine alle um gerade einmal die grunde wollen wir dann noch mal ein bisschen zeit darauf angewandt haben und dann und trotzdem nicht gefunden haben ja wir haben noch mal alles durchgeguckt aber irgendwie stein oder sowas kaputt gemacht hast irgendwas sehr wettig mit der letzten sind das nicht irgendwann vielleicht aber diesen attributs punkte aktiviert haben oder ein kreis die scheiße heldenhelm des heldenhammer königs alter maximal aus gut als nächstes haben wir hier hast du mal ein schändliches fest mal genau seid ihr soweit ready dass ich starten kann ja dann starten wir sich cool aus ja guck die mann der feuerzwerg immerhin siehst du nicht mehr aus wie ein goblin ja wollte ich gerade sagen dass ich als ex alles auf rot gemacht habe ich hier nicht zu hauen nicht so direkt hier wir sind nicht mal gegner begegnet gold hat er auch liegen lassen kleinen halunken hier oder wir haben es einfach nicht gesehen das liegen lassen so okay ich habe es gesehen aber ich glaube basti dachte das ist so ein schwert wo er sich so aufwärmen kann kann man sich an dem brennenden zwergen hier aufwärmen ok nein man kriegt treffer sag ich doch gerade du bist echt hier ist ein würflerchen da ist ja gut lang ist jetzt lang nicht mehr aufgemacht schon das kämpfe dich durch wir haben hier gar keine optionalen ziele noch nicht das ist doch der endfight gegen den boss hier gegen den koch ja ich meine ich habe mal gesonnen jetzt weiter bei steam oder hier oben links unten ist noch eine kiste aber nur gold da guck dir mal das laver mehr jahren da drauf stehst und runter kurz was folgt note ich ja ne kann man doch eh nicht sterben ich komme hinterher ich dachte ich kann mir den weg hinsparen weißt du ja das ist wirklich da ist ja bestätigt das ist laver und keine ja das verbrennt mein arsch kreist wie das gerade alter aufmengen ne du hast gerade links angegriffen den bompil ne geil aufm boden alter der hat mich voll rangeholt ich bin übrigens tot meine arschbombe vorsicht alter schon wieder diese komischen epilepsid lichter hier am start die epileptischen licht das ist so schlimm ja du hast die spechel dann hat er mir den glöden mit irgendwas so kodiert weißt du so hey warum kann ich mir die gilt lassen wir die die richtigen hallo kann jemand die tafel nehmen oder kommen wir das gerade nur so ich hab was vor hier auf dem tisch wir sind am breiten gerade da ist eine tafel auf dem tisch die blitz aber ich kann sie nicht aufnehmen nach dem tisch kannst du die nehmen ich nicht das ist aber nur zu klein und kommt nicht dran kann ich ich habe mich da folge ich sag dir bist du klein warte mal ging es da links noch irgendwo lang ich bin auf den tisch gesprungen da ist aber da ist irgendwas sag mal jetzt im typen der soll aufhören die zwergmütze zu machen mach mal frend die feier aus mach mal frend die feier aus das ist echt kriminierend tade komm mal hin das ist der krank gescheit hier alter mach mal kurz frend die feier aus hm geh mal weg oh fuck der typ schau da ich habe feuerresistenz rüstung an ja was machst du denn au aber dieser komische hapune die kam hier was ey hier ist ein blauer zwerg wo ich liege ne der müsste fokussieren vor meiner leiche leiche ist es auch nicht t t jama geil vorsicht da ist ein blauer ne vielleicht erstmal den blauen hier angreifen tenko zwerg t ja ja ich habe ein teamfinisher gemacht jawohl das gibt wie viel schaden hast du verursacht 5000 aber warte mal hier hinten ist noch an dieser feuerspelle muss man was holen ne ja man das so gold dir ist auch noch was leute das waren die fässer und sowas keine ahnung ich hab grad fast nur auf dem boden gelegen ja ich auch ich war mit dabei glaube ich ja da oben kommt dieser komische riesen ne dieser weiße riese da 1 1 mir gefällt das hier nicht oh ja nein nicht schon wieder diese stellen block so links geht es dann aber noch offiziell weiter also recht sind auf jeden fall das was was weg das ist nicht auf uns das sind zwei ganz schnell und ganz toll ich hätte dich um mal da wird der macht alter alter was auch fast wieder fast weg hier mal eine riesige feierwelle geschossen gruselig die kompletten blenden das sind die ob der kinder schilder ist tot einfach brauchen wir das bau ein haben wir ja das habe ich gesammelt was wir hätten in die andere richtung das gehen müssen ja das ist die große tür oder gut hinter steht und ja dann müssen wir noch mal zurück nur wegen euch wenn sie ist das in zeit oder ich bin mir gar nicht so sicher ist auch ein großes zu es gibt es dasselbe oder nein sind auch normale mobs ich springe doch spiel wir brauchen doch den lud weil es so ist doch egal ich möchte auch mal der sein der nach vorne läuft und die neuen kisten nur die neuen sachen aufmacht und nicht immer der sein der hinten immer alles sammeln muss damit die anderen was haben davon muss ja doch muss ich ja wenn ich was sehe dann nehme ich es mit aber genau das ist aber das prinzip das ist das ist hier eine party schön dass ich darauf achte dass du zu geld und loot kommst und dir das scheißegal ist das ist natürlich sehr ich hab nur gesagt dass ich nicht akribisch jede ecke absuche oh fuck hier ist ein techno zwerg ich bin da weil ich bin meistens mit lexus immer der der immer hinten ähm nochmal alles absammelt und ihr dann irgendwie drei ecken weiter sollt deswegen ich bin tot ach scheiß jetzt falsche taste hau ab alter jetzt musst du drei vier specials raushauen vor allem so ein typen der so am boden krüppelt ähm boah sieht voll cool aus hm lava aber generell so lava wenn die so ganz langsam fliehen also hier im real auch ne ist voll faszinierend da mal zuzugucken obwohl eigentlich nur lava ist die fließ das ist trotzdem irgendwie kennst du den typen der so diese lava videos macht so irgendwo was weiß ich wo der immer dahin gefällt und dann packt er da immer so sachen rein so eine cola dose oder so ein tonschuh oder so und dann tust du so ganz langsam wie die lava das ding so auffrisst so weißt du so voll lustig irgendwie seltsamerweise satisfying ja 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 ach ernsthaft alter ich bin jetzt gegen eine kacke gelassen und bin gestalten das ist bei johann den lexer sieht man manchmal gar nicht ja 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 ich kämpfst du gegen einen wo kommen denn diese dinge auf einmal bist du dann wieder da ist also manchmal so kurz aus der karte oder was weiß ich was da ist phasenverschiebung hier ist ein hebel okay aber wenn wir hier jetzt aktiv weitergehen und wir hier vom boss kommen dann heißt dass wir haben eben gerade auf jeden fall eine stelle doch ausgelassen wo wir gedacht haben ja da gibt es ja was ist warte mal das ist doch 100 pro echt nicht der richtige weg pass mal auf die kümmer das macht was ist oben nur lud oder ist oben noch so ein riesen tor guck mal hier oben ist einfach nur so ein riesen tor aber haben wir wirklich hinten alles gemacht wie kommt mir nicht so vor weiß ich nicht hatte ich ja zumindest ich glaube dass meine gegner nicht vorbeigucken einfach was dahinter ist das ist alles rückwärts das haben wir das letzte mal gar nicht gesehen hier über weiß ich bin umgefallen hier kann man jetzt schon so ein fliegendes tor keine tränke mehr hier ist noch geld wir sind doch den richtigen weg gegangen alter die lange locker 1000 münzen rum drei stück auf einem haufen wir sind doch den richtigen weg gegangen das sieht ja krass aus hier ja gut jetzt kommen wir nämlich wieder das war nämlich der richtige weg jeder hier bei diesem licht wo man so fliegt ne achte ich so genau hier ja alles klar da siehst du genau wie das spiel ist so ne weil es ist das liegt so voll verzerrn so so ist so verzögert so genau so funktioniert das spiel haben wir den aufzug ich bin im laufen viel schneller als du du bist langsamer als ich wirklich so nämlich mal aufgefallen ich bin manchmal hinter dir und überholt dich dann oder dem hammer irgendwie glaube ich nicht wer hat hunger auf zwergen kopfsuppe ich nicht weg raus aus dem feuer wollte in die mitte in der mitte bitte hier ist so schnell ja nicht eigentlich da ich kann ich wieder bitten haben wir es geschafft sehr gut aber hatte ich schon wirklich hat sich doch gelohnt also item technisch hat man durch das ich meine es nicht hier ist level ich meine ist das replayen generell der match technisch ist die wo gar nicht mehr so weit weg von mir also ich komme jetzt ziemlich gut hinterher mittlerweile es hat auch etwas mit dem damage das hat auch etwas mit dem damage weißt du weil bis ich hinten drei vier minuten absuche damit wir loot haben und da vorne schon gekämpft ist aber wahr basti hat diesmal krass boah alter was dir alter digger was meine wacke also jetzt mal war so ein schwert symbol aber fünf items auf jeden fall wieder mein umhang hat jetzt plus acht werte auf stufe 1 grad schon also offen hier noch nicht abgegradet plus acht werte was ich denke ich kriege ein ramp ich kriege ein grünes rang für immer und das hat einfach mal so plus scheiß werte das ist schon krass sind meine letzten der wie schon wieder ausgetauscht alle was also ich konnte nichts ich glaube gar nichts bekommen die so und also nichts brauchbares haben wir es mal so kommt eine waffe an fünf macht man der match 3 835 items habe ich 44 stück aktuell 5 geht schon was gut leute wir haben auf jeden fall jetzt die ersten vier haupt mission haben wir jetzt abgeschlossen bei der letzten folge dabei der nächsten folge die ihr sehen werdet ist dann definitiv die geister der vergangenheit dran und danach die zerstörte statt wir bedanken uns auf jeden fall wieder fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat denkt dran abonnieren glocke aktivieren verpasst nicht die nächsten videos und in dem sinne haut rein ciao ciao gute nacht ciao ciao